Herzlich Willkommen zurück zu Lucky Survival Games mit dem Goro bei Hoch die Hände, Wochenende! An nem Montag. Obwohl bei den Leuten ist vielleicht... Wann kommt die letzte Drifter-Folge? Morgen. Dienstag mit Wochenende. Ist Wochenende! Hoch die Hände, Wochenende! Oh wie blöd. Ah ne Fisch! Ich hab zwei Holzschwerter! Ich hab zwei Holzschwerter! Ich kann nicht klicken! Ich hab Apfel! Ja komm! Komm! Ich wurde zurückgewandt. Bist du hinter mir? Jaja. Ich kann das jetzt hier nicht fallen lassen, es ist zu gefährlich. Lauf! Soll ich jetzt fallen lassen? Hier! Ja! Oh ne Jukebox! Fett! Fett Junge! Mach die Pizza! Noch mehr Schwerter! In der Mitte sind zwei! Komm lass uns klatschen! Die haben nichts! Die klatschen mir! Die boxen mir schon! Die schnapp ich mir! Da kommt noch einer! Mit Rüstung! Lass den mit Rüstung machen! Boah! Wer hat den weggefetzt ey! War ich! Der hat ganz schön große Fresse hier, der ohne Rüstung ey! Guck mal! Hier nehm ich! Alter was ist hier? Wie viele hier sind? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Blutrausch! 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 Ich hol den hier! Wegs hier! Oh der heckt doch hier! Oh der hört an! Ah! Da! Boah wie die beide drauf springen! Ich hab zwei Eisen! Hast du nen Stick? Ne ich hab nen Pfeil! Können wir auch zum Stick achten! Alleine daran! Wirst du das? Ja ich find das! Ich hab noch zwei Pilze! Wow! Ich hab noch vier rohe Hähnchen! Die sind sehr nahhaft! Ich hab aber nur noch drei Herzen! Das war echt! Ich wurde zurückgebackt! Das ist doch unglaublich! Ah! Wenn ich dich jetzt töte, ist das nicht! Boah! Du kleiner Sack! Oh! Oh! Ich hab Steak! Oh! 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 Aber geht das nicht? Es geht nicht! Oh! Oh! Fischen nämlich mehr! Hier war der jetzt nen Kompass! Gibst du noch nen Kompass ab? Ja geil! Da zeigt der dich an! Kann man sich nicht enttracken? Das ist voll dumm! Spieler Nephias, Entfernung 8! Wow! Hab ich nicht gedacht! Oh! Ich wurde geported! Oh! Ich wurde geported! Gut, dass wir den Kompass haben! Stimmt! Jetzt wirkt der! Jetzt seh ich Lolle Lolli! 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 Ich hatte auch noch ein Holzschwert. Du hast keine Rüstung? Nee, aber ich hab Meisenschwert. Jetzt hab ich Rüstung. Ich mach Damage. Ich hab Polizei. Oh, mach ihn tot, mach ihn tot! Dass deiner mich getötet hat. Jetzt hast du ne dicke Rüstung. Vor allem ist der Amboss noch auf ihn draufgefallen. Alter Vater. Warte mal, mach den Kompass. Wer schwimmt denn da? Ja, wer schwimmt denn da? Wer ist denn da? Hallo? 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 Der Kickenkex. Der hat die Hex. Ich hab Frieden. Frieden, Nefi, Frieden. Ich hab Frieden. Jetzt springst du gleich auf ihn drauf. Ist schon Deathmatch? Oh, es ist gleich Deathmatch. Wenn du den noch machst, ey. Einer weniger. Komm, Nefi, los! Der weiße Hai, Leute. Der weiße Hai. Der weiße Hai. Nefi, der hat nicht mehr viel. Schwimm nur weiter. Aber in fünf Sekunden krieg ich den nicht. Macht er nicht. Drei, zwei, wow Nefi. Ich dachte, du wirst ein Highlander. Nefi am Fighten, Leute. Nefi ist am Fighten. Er verliert. Er verliert, er verliert. Jetzt wird erstmal hier... Ohne Socke, Leute. Oh, warte. Er ist fair. Regen, sagt er. Musst du ihm schon antworten. Hier in der Arena, Leute. In der Arena. Was hat er denn? Eisen auch. Okay, ich habe die bessere Rüstung. Ohne Socke. Er ist cool. Ohne Socke. Du bist eine coole Socke. Er bogen. Der ist sack. Oh doch, der ist aber gut im PvP. Sachter und gewinnt. Ja doch, der hat mit dem... Wie viel hat es noch gehabt? Drei, dreieinhalb. Oh, ging ja noch. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.